Das sind für meine Fans das Beste. Da ist die Kältekammer, minus 109 Grad. Da sind wir gerade Marco Hook. Für alle meine Fans, das ist alles für euch. Ich bin ein bisschen nervös, aber jetzt geht's los. Und im Hintergrund sehen Sie Karo Murat. Und jetzt geht's los. Geht weiter. Hauptsache schön, ne? Und jetzt weiter. Er kriegt die Tür nicht zu hier vorne. So, jetzt bewegen. Laufen im Kreis. So, jetzt sind wir bewegen. So viel dazu. Laufen im Kreis. Danke. Arme anbeugen und wegstrecken. Ihr seht, minus 109 Grad. 20 Sekunden sind vorbei. Weiter laufen. Das geht jetzt bis zu 2 Minuten wahrscheinlich. Alles okay? Was hieß denn das? 30 Sekunden. 50 Sekunden. 50 Sekunden. 50 Sekunden. 50 Sekunden. Lass mal 30 Sekunden schlafen. Nee, guck mal. Ich weiß, wie lange der da drin ist. 30 Sekunden. Eine Minute. Alles okay? Ja. Ja. Das ist ja eigentlich schon schwer. Reicht Sache? Mir. Ihnen. Nicht so viel quatschen. 1,20. 1,30. 1,40. Alles okay? Ja. Wenn es nicht mehr geht, kommst du raus, ne? Lächeln. 1,50. Die werden immer schneller. Die wird immer schneller. Ach, der bleibt nur drüben. Zwei Minuten. Der ist verrückt. Ey, der ist raus. Ja. So komm raus. Ja. Oh ja. Du bist ja der Tollste. So. Meine Fans. Wow. Scheiße, richtig kalt ey. aber es tut richtig gut und wie fühlst du dich, Haug? Ich fühle mich sehr gut, das mache ich alles für meine Fans und ich grüße euch alle. Warum?